Drei erste Seiten aus Wir sind die Macht von Lima Roberta Gebawi Vorwort Die meisten modernen Kriegsgeschichten ähneln einander, nicht weil die Umstände vergleichbar wären, sondern weil sie auf dieselbe Weise erzählt werden. Es werden Anführer gezeigt, die optimistisch einen Sieg vorhersagen. Diplomaten geben wohlformulierte Erklärungen ab und die Kämpfenden, es sind immer Männer, ob nun Soldaten der Regierung oder Rebellen, ob sie als Helden oder Schlägertypen gezeigt werden, prahlen mit ihren Taten, werfen sich in bedrohliche Posen, fuchteln mit grausigen Trophäen, brüllen Siegesparolen und ballern mit ihren Gewehren in die Luft. In meinem Land war es nicht anders. In den Jahren, in denen der Bürgerkrieg Liberia zerriss, kamen häufig ausländische Reporter, um über den Albtraum zu berichten. Lesen Sie die Artikel, schauen Sie sich die Filmaufnahmen an. Es geht ausschließlich um die Macht der Zerstörung. Junge Burschen mit nacktem Oberkörper, zu Fuß oder auf Pickup-Trucks, feuern riesige Maschinengewehre ab, führen extatische Tänzer auf den Straßen zerstörter Städter auf, sammeln sich um eine Leiche oder halten das blutende Herz eines Opfers in die Luft. Ein junger Mann mit Sonnenbrille und rotem Barrett schaut cool in die Kamera. Wir bringen euch um, wir fressen euch auf. Und dann schauen Sie sich die Berichte noch einmal an. Aber sehen Sie genauer hin. Achten Sie jetzt auf den Hintergrund. Denn dort finden Sie die Frauen. Sie werden uns fliehen sehen, weinen, vor den Gräbern unserer Kinderknien. In traditionellen Darstellungen von Kriegsgeschichten sind Frauen immer im Hintergrund. Unser Leiden ist lediglich eine Fußnote der eigentlichen Geschichte. Wenn wir vorkommen, dann aus gründendes Human Interest, um die im Zentrum stehenden Kriegsgeschichten emotional zu unterfüttern. Bei afrikanischen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass wir an den Rand gedrängt und lediglich als pathetische Zeichen von Hoffnungslosigkeit vorgeführt werden. Mit zerrissenen Kleidern und hängenden Brüsten. Opfer. An dieses Bild von uns ist die Welt gewöhnt. Und dieses Bild verkauft sich. Einmal fragte mich ein ausländischer Journalist, wurden Sie während des Krieges in Ihrem Land vergewaltigt? Als ich verneinte, war ich nicht mehr interessant für ihn. Fast niemand berichtete aus Liberia über die andere Seite des Lebens im Krieg. Wie Frauen ihre Männer und Söhne versteckten vor den Soldaten, die nach ihnen suchten, um sie zu rekrutieren oder umzubringen. Wie sie mitten durch das Chaos kilometerweit zu Fuß gingen, um Essen und Wasser für ihre Familien zu organisieren. Wie sie mit ihrem alltäglichen Leben weitermachten, damit nach dem Krieg, wenn der Frieden zurückkehrte, noch etwas da war, auf dem sie aufbauen konnten. Und wie sie im schwesterlichen Zusammenhalt Stärke fanden und im Namen aller Liberianer Männer wie Frauen für den Frieden eintraten. Dieses Buch ist keine Kriegsgeschichte im traditionellen Sinn. Es handelt von einer Frauenarmee in Weiß, die aufstand, als keiner sonst es tat. Ohne Furcht. Denn das Äußerste dessen, was noch erträglich ist, hatten wir Frauen schon hinter uns. Es handelt davon, wie wir zu der moralischen Klarheit, Beharrlichkeit und Tapferkeit fanden, die uns die Kraft gab, unsere Stimmen gegen den Krieg zu erheben und unser Land wieder zur Vernunft zu bringen. Es ist eine Geschichte, die sie noch nicht kennen, denn sie handelt von einer afrikanischen Frau und unsere Geschichten werden nur selten erzählt. Ich möchte, dass sie meiner Geschichte zuhören. Kapitel 1 Die Welt gehörte mir Es war der Neujahrsabend des Jahres 1989. Wir, die Gemeindemitglieder von St. Peter, der Lutherischen Kirche in Monrovia, waren alle auf dem Platz vor der Kirche zum Nachtgottesdienst versammelt, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Willkommen zu heißen. Jeder bekam einen weißen Zettel. Darauf sollten wir festhalten, was wir vom neuen Jahr erwarteten. Dann warfen wir ihn in eine große Eisentonne in der Mitte des Kirchhofs. Der Pastor sprach ein Gebet und hielt ein brennendes Streichholz an den Zettelhaufen. Der Rauch sollte direkt zu Gott aufsteigen, damit er unsere Wünsche erfüllte. Als Kind hatte ich mir immer wieder Gesundheit gewünscht. Ich war häufig krank gewesen. Masern, Malaria, Cholera. Ich hatte mir gute Noten gewünscht und Wohlergehen für meine Familie. Nun war ich 17, hatte die Highschool beendet und wollte mit dem Studium anfangen. Ich wünschte mir, was ein strebsames Mädchen in diesem Alter sich ebenso wünscht. Gute Noten, interessante Professoren, nette Kommilitonen. Und ich bat Gott darum, diejenigen, die ich liebte, vor allem Unheil zu bewahren. Als ich an der Reihe war, warf ich meinen Zettel zu den anderen in die Tonne. Rauch stieg in Schwaden auf, die Gemeinde stimmte Lob- und Dankesänge an, und ich legte meinen Kopf zurück und sah zu, wie der Rauch sich vor dem warmen, sternenübersäten Nachthimmel auflöste. Ich fühlte mich eingehüllt in ein Gefühl von Sicherheit. Gott war gut. Ich wusste, er würde alle meine Gebete erhören. Ich wusste, er würde alle meine Gebete erhören. Ich wusste, er würde alle meine Gebete erhören. Untertitelung des ZDF, 2020